Minigolf Oha Hast du Ballzusammenschläge an? Stimmt Ich weiß es nicht, wie komm ich denn da runter? Na, so nicht Ja, noch mit uns im Teamspeak sind X-Fighter, der alte Kacknap und Eclipse Man weckt mich Von der Idee her war der doch gar nicht mal so verkehrt Genau Eclipse hat sonst keine Hobbys, von daher dünn bitte hier ein bisschen mit rum Ist auch wieder total leise, aber na gut Na ja, auf Eis kann man nicht so festhauen Sollte man nicht so festhauen Juhu! Hole in two Jo, Tito So, und direkt war, ach nö, die kriegen sogar nicht Oh Gott, die ist doch hässlich Die kriegt erst mal direkt null Punkte Ja, da bin ich auch stark dafür Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie ging die da nochmal? Ich mach einfach mal so Bats Na super Na super Da komm ich doch im Leben nicht mehr raus Jetzt mal, ne Wie soll das denn in einem Schlag gehen? Vor allem, du kommst dann da hoch Und dann kommst du aber nicht mehr runter Egal, ich probier mal was anderes aus Hat nicht sollen sein, so wie ich das wollte Na ja, aber liegt schon mal besser als ich Ja, das stimmt So, wir machen jetzt mal hier so einen Kantenschlag Äh, Bats Na ja, na ja Das ist auch schon mal nicht verkehrt So, warte mal, ich kämpfe jetzt quasi gegen den Strom Oh, Schwimmschlitz Ich mach mal so Nooo, ich bin zu fest Nein, ich werde wahrscheinlich viel zu locker machen Oder mache zu fest und rolle dann wieder hoch Mh, machen wir mal so Ja, good game Viel zu locker Das ist doch doofe Sand Komm mal zu dir Oh, mach mal Dieser Holden-One Mist Auf jeden Fall Kann ich so noch einlochen? I don't think so Ne, pack ich nicht hin Oder? Oder? Oh, hättest du nur fester machen müssen Was ist das denn? Ah, mit Minen Einfach mal Vollstoff Boom, 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 boom Boom, 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 boom Toll, und ich bleib liegen, ey Ja, no, bleib ich da mittendrin in dem Getümmel, vor allem der hier unten auch noch Jaja, ich Hau auf mal einfach, ne Mach ich Fast Äh, wo schlag ich schon Hier oben rein Na, na, das war ja wieder ein Über-Pro-Imbar-Schlag Jo, wir hauen mal hier unten noch Was hat mit Höhnen zu tun hier? Pfff, na super Ich glaub, die schaff man nicht in 5 Schlägen Ne, ich glaub's auch nicht Ach, wir kommen doch gar nicht da hinten an Ja, wir müssen mal Wir hätten einfach nur gerade immer so rumschlagen müssen Ja, ich komm ja nicht mehr raus Weil dann jede Mine an die ich schlage Werd schon wieder zurückgeworfen Los Egal, ich schau's jetzt mal gerade hier hoch Na, super Ist mal annähernd Richtung Loch gekommen Wenn du jetzt noch triffst Das wär Ne Na, hast du doch noch zu mir gesagt So Oh Gott, wo geht's denn hier dann? In einem Schlag Wie denn? Hä? Hä? 2% packen das in einem Schlag Wie soll das denn gehen? Kannst du übers Wasser spielen? Vor allem wenn du Ah ne Wofür ist denn der Teleporter? Da kommst du doch gar nicht hin? Ja eben Oder kommt man da hin? Ich probier's mal aus Ich hab eine Ahnung Probier's mal aus Nö So schon mal nicht So geht's auch nicht Hä? Das geht doch gar nicht, man So vielleicht? Nö Okay, gerade hoch mit der Bande funktioniert auch nicht Na toll Das schaffe ich doch eh nicht mehr Das hätten wir auch so glaube ich nicht geschafft mit 5 Schlägen Nö, aber hä? Ich kapier's doch trotzdem nicht Das war ja super schag Das ist doch doof So viel zum Thema Schundbahn, ne? Er kriegt erstmal noch schnell 0 Punkte Ja, das packst du vielleicht wenn du 20 Leute dabei hast Die dich unterstützen und dich hier irgendwie durchboosten Ja So ne, warten wir jetzt Ich zeig dir jetzt wie das mit einem Schlag geht Okay? Ja mach mal Pass gut auf Versorg Cool, wenn ich minimiert bin da Weil ich schon zu viele Schläge gebraucht hab Kannst du einfach über mich drüber rollen Ach nö, mit Boosts Ach nö, mit Boosts Wie ist man so? Ja, hat nicht geklappt Ja, 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 ja Hab ich dir sogar noch ein bisschen geholfen Bin ich nicht lieb Bist'n Schatz, du fest Bist'n Schatz, du fest Ach nö Aber die geht mit einem Schlag Die hab ich auch schon mal mit einem Schlag gepackt Echt? Ja Das war der Typ Äh, versuchen wir mal da Ja, ähm Okay, das war nix Ja, so die Richtung war fast gut Nö Na toll, bestimmt Hm, jetzt gehen wir noch irgendwie anders hin Zu eben Bogen spielen, weil ich das runter ziehe Die, die, die Demis hier Joooo Ja, so, ja, so Könnte noch Noch nein Nick Ja Ja, Doppelführung Hat das auch noch, äh Ja, aber echt Oh nö, das sieht doch aus, ja So geht's nicht Und wie Doch ein Anschlag geht, aber du musst da ja erstmal reinkommen Ach, du bist da unten Und über Bande lang schnicken Kann ähnlich über Bande spielen Gucken, ob ich das entkriege Och Gott Da zeigt sich jetzt, wer in Mathe aufgepasst hat Ja Jo So, muss das gehen jetzt Nö Däger haben wir noch Nein, nein, doch Mann Ist jetzt letzter Schlag? Ja, Ware. Och, Mann. Jopp. Kackbar. Alles Kackbar. Hä? Äh, pff. Oh, fast. Fast. Oh, 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 oh. Hä? Okay, dann doch in die andere Richtung. Au, harte Lecks. Bei so nem Spiel. Hm. Ja, ja, ja. Und da packt das. Trifst. Noch. Und da geht der Papa in Führung. Och, nö. Ach so, welche mag ich da auch nicht. Boing, boing. Vor allem mit einem Schlag. Das machen die zu einer Hole-in-One-Bahn, weil es 0,004% mal mit einem Schlag sich hier durchgecheatet haben. Ja. Da machen die in der Hole-in-One-Bahn. Durchschnitt 8,5. Das lässt ja hoffen, ne? Ja. Weil es schlagt er mit 5. Nein, was mach ich denn da? Da packt er das auch noch. Na, ich komm hier nicht mehr weg. Ich komm bestimmt gleich wieder zurück. Oh, 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 oh. Ich hätte gelacht. Ey, da packt er das mit 5 Schlägen. Wieder fertig. Komm an den Boost. Nix da. Ich führ aber trotzdem noch. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ist an den Boost hauen. Nix da. Wir machen das so. Aber du holst mich da jetzt bestimmt eh weg. Ich schau dich jetzt erstmal gelber. So wird's nix. Tschüss, probier doch die Bahn so etwas zu spielen, wofür sie gedacht ist. So wird's auch nix. Nö. Lol. Ach, da unten ist ja gar keine Bande. So geht das. Ja, Gewinner. Gewinner. Ja, so würde ich sagen. Das war's. Das war's. Leute, haut ihr rein. Legt euch wieder hin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.